Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu den deutschsprachigen Nachrichten aus Ungarn. Mein Name ist Aron Schmidt. Ungarn verurteile den Terroranschlag von Sonntag auf einer Kirche in der nigerianischen Stadt Owo, schrieb der ungarische Außenminister in einem Facebook-Eintrag. Bis heute gehöre das Christentum zur meistverfolgten Religion der Welt. Ein furchtbares Beispiel hierfür sei der gestrige Angriff, bei dem mindestens 50 Katholiken auf einem Pfingstgottesdienst ermordet wurden, fuhr Peter Ciaro fort. Der Minister ergänzte, dass Ungarn über das Hilfsprogramm Hungry Helps, der lokalen römisch-katholischen Diözese, unverzüglich 10 Millionen Foren-Soforthilfe zukommen lasse. Am Sonntag sind über 9000 Geflüchtete aus der Ukraine in Ungarn angekommen. Die Polizei hat insgesamt 251 Personen eine provisorische Aufenthaltserlaubnis ausgestellt. Seit Kriegsbeginn sollen bis zu 800.000 Menschen die Ukraine in Richtung Ungarn verlassen haben. Von ihnen haben knapp 24.000 Personen bei der ungarischen Ausländerbehörde einen Asylantrag gestellt. Der ökumenische Hilfsdienst schickt eine Hilfslieferung von medizinischen Produkten im Wert von 10 Millionen Foren an die Ukraine. Der Direktor der Organisation erklärte, dass der Zielort der ungarischen Hilfslieferung diesmal die Stadt Berehove, also Bereksas, sei. Allerdings soll die Lieferung der Hilfsgüter künftig auf die gesamte Ukraine erweitert werden. Lars Lohle hell ergänzte, während früher vor allem Lebensmittel und Hygieneartikel geliefert worden seien, benötige man jetzt in erster Linie Arzneimittel sowie Hilfe bei der Schaffung angemessener Lebensbedingungen, da mittlerweile immer mehr Geflüchtete in die Ukraine zurückkehren würden. Insgesamt drei Impfungen sollten einer aktuellen internationalen Studie zufolge den größtmöglichen Schutz gegen das Coronavirus bieten. Demnach sei die Zahl der Impfdosen und nicht die Kombination von Vakzinen der entscheidende Faktor. Der Chefarzt des Zentralkrankenhauses Südpest sagte gegenüber dem M1, dass die Drittimpfung schon deshalb wichtig und empfehlenswert sei, da sie auch bei einer Ansteckung mit weiteren Varianten vor unerwünschten Komplikationen schütze, so Janusz Slavik. Nach 30 Jahren wurde nun zum ersten Mal in der Diözese Niederichhaso eine neue griechisch-katholische Kirche geweiht. Der Grundstein des Gebäudes wurde vor genau zwei Jahren zu Pfingsten gelegt und heute vor Gläubigen feierlich eröffnet. Die Liturgie wurde vom Metropoliten der ungerisch-griechischen katholischen Kirche Fylop Kocic zelibriert. Die Errichtung der neuen Kirche hat insgesamt 270 Millionen Foren gekostet. Sie sahen die Nachrichten aus Ungarn. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.